Was Sie da finden müssten, für Sie am spannendsten ist wahrscheinlich hier das RF-Script, das da steht. Einfach deswegen, weil da nämlich die ganzen Slides hintereinander in gut lesbarer Form drauf sind. Jetzt geht das so auf, das wollte ich hier noch, das wollte ich doch gar nicht haben. Doch, das wollte ich doch haben. Gut, so, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier, da müssen wir uns bewegen. Okay, das geht aber viel zu schnell, ist irgendwie nicht so durchgegangen. Also, wollen wir einfach erstmal einsteigen, worum wird es eigentlich gehen und was werden wir eigentlich tun? Ich habe daraus ein bisschen Show and Tell mitgebracht, damit wir uns ein bisschen orientieren können, worum es gehen wird. Aber ich brauche gar nicht so viel Show and Tell zu machen. Sie müssen nämlich eigentlich nur mal Ihr Portemonnaie auspacken und Ihre Tasche packen und sehen, wie viele HF-Geräte Sie dabei haben. Also ich habe hier schon mal so einen Schlüssel. Der ist 433, nee, das ist 868 MHz, das ist automobile Oberklasse. Also BMW, die automobile Unterklasse, sendet bei 433 MHz. Das mag der Unterschied sein zwischen den beiden. Wenn Sie ein Portemonnaie aufmachen, werden Sie sowas finden mit NFC-Verbindung. Dann werden Sie Ihren Personalausweis wahrscheinlich dabei haben, der auch eine NFC-Verbindung hat bei 13 MHz. Dann werden Sie, bei mir heißt das Mitarbeiterausweis, bei Ihnen wird Studentenausweis heißen, mit dem Sie Bücher ausleihen können und so. Und wie gehen die Daten über das Buch oder über das System da rein oder wie kommen Sie hier rein? Auch das ist eine HF-Verbindung eigentlich bei 13 MHz. Also und dann nicht zuletzt davon zu sprechen, was wir dann hier dabei haben. Das ist zwar ein altes, aber auch das kann schon verschiedene Frequenzen und verschiedene Sprachen Kommunikationstechnik. Das kann NFC, die Antenne dafür sitzt auf dem Akku. Unter Umständen kann es sogar ganz normales Radio empfangen, zumindest wenn Sie da ein Kopfhörer anschließen. Die haben neuere nicht mehr, die älteren schon auch. Ich glaube, dieses weiß ich gar nicht. Das spricht Bluetooth, das spricht WLAN auf zwei verschiedenen Frequenzbändern. Das kann eventuell LTE, UMTS, GSM, um mal so ein bisschen Name-Dropping hier zu betreiben. Wir werden über diese Dinge im Wesentlichen im nächsten Semester lernen, wie das funktioniert. Aber über die Grundlagen dafür, also wie funktioniert so ein HF-Gerät, das HF-Frontend, werden wir uns eben in diesem Semester kümmern wollen, kümmern werden. Und deswegen starten wir dann mit so einem Überblick über HF-Systeme. Hier, das sehen Sie da hinter mir. Also, und das ist auch nicht so, wie ich das wollte. Ich wollte nämlich eigentlich... Und das geht auch nicht so, wie ich es wollte. Das ist doch ein Mist. So, das ist schon besser. Und die Breite. So, also das ist das Skript, das Sie da vorfinden. Ich werde so ein bisschen zwei, drei Dinge einfach über Basics erzählen, was also hier in der HF-Technik irgendwie vielleicht anders ist, als das in der normalen Elektronik ist. Dann werde ich ein bisschen was über HF-Systeme erzählen. Also ganz grundsätzlich, wie ist so ein HF-System aufgebaut? Das ist nämlich alles gar nicht so unterschiedlich. Wenn Sie eins verstanden haben, dann haben Sie alle anderen verstanden. Wenn Sie bei einem wissen, wo wirklich die Probleme sind, dann haben Sie zumindest auf so einer ziemlich hohen Flughöhe schon mal ein Gefühl dafür, wo Herausforderungen bei anderen Systemen liegen können. So, was ich Ihnen nicht ganz ersparen kann, sind so ein paar Rückgriffe auf das, was Sie mutmaßlich im dritten oder vierten Semester hätten lernen sollen. Nämlich Felder und Wellen. An denen kommen wir nicht wirklich dran vorbei. Also müssen wir noch ein bisschen was tun und dann auch eben Leitungstheorie noch mal ein bisschen betreiben. In diesem Semester wird es im Wesentlichen um kurze Leitungen gehen. Kurze Leitungen heißt so vielleicht mal eine Wellenlänge lang. Vielleicht auch mal zwei oder drei, aber dann spielt es schon fast keine Rolle mehr. Aber sonst eher so Bruchteile von Wellenlänge. Also Viertelwellenlänge, halbe Wellenlänge lang. Das ist so das Thema, um das wir uns kümmern werden. Und da werden wir auch schon erste passive Schaltungen mitbauen. Nämlich Filterschaltungen hier. So Stubs heißt das hier. Damit können Sie schon auf ganz einfache Art und Weise, nur indem Sie eine Leitung strukturieren, schon anfangen, wirklich eine Schaltung sich zu überlegen, die auch schon was macht. In dem Fall wird es eine Filterschaltung sein. So, dann führe ich das Smith-Diagramm ein. Das ist ein Tool, ein Werkzeug, das... Habe ich das Bild dabei? Ne, habe ich hier nicht drauf. Muss ich noch besorgen. Das ist ein Werkzeug, das man im Wesentlichen in den 50er Jahren entwickelt hat. Aber, und man würde es wahrscheinlich heute nicht wiederentwickeln. Aber weil es sich so festgesetzt hat bei den HF-Technikern, ist das eben noch das Werkzeug. Das auch wirklich real existierend vorkommt. Das nämlich bei Netzwerkanalysatoren, also Messgeräten der HF-Technik, auch gezeigt wird. Also als Display gezeigt wird und mit dem man einfach dann auch umgehen muss. Also ist ein Stück... Also wenn wir auf der grünen Wiese heute stehen würden und heute anfangen würden, die HF-Technik zu entwickeln, würden wir es wahrscheinlich nicht nochmal entwickeln. Aber man hat es, so wie die DB-Rechnung. Also da wird die Taschenrechner alle haben, wird heute keiner mehr die DB-Rechnung nochmal entwickeln. Wahrscheinlich. Aber man hatte das getan. So, dann kümmern wir uns um Schaltungen, um planare Schaltungen. Also wirklich jetzt hier planare Wellenleiter auf der Platine. Kopplung zwischen Wellenleitern und, ja mal gucken, vielleicht machen wir noch ein bisschen Testen von HF-Schaltungen. Also industrielles Testen von HF-Schaltungen. Wir werden dann die zwei Tore oder vier Pol machen und werden die Streuparameter einführen, werden da Signalflussgrafen einführen. Das ist sehr dankbar, weil man damit eigentlich nur Papier und Bleistöche mal anfangen kann, irgendwas in der HF-Technik zu berechnen und zu überschlagen und auch sich Probleme klar zu machen. Werden dann uns um Anpassnetzwerke kümmern. Ich habe sonst immer gesagt, der HF-Techniker ist der, der eigentlich sein Leben mit Anpassung verbringt. Also er versucht immer möglichst viel Leistung von dem einen Teil der Schaltung in den anderen Teil der Schaltung zu kriegen. Möglichst viel Leistung von der Schaltung auf die Antenne zu bringen oder von der Antenne auf die Schaltung zu bringen. Also da geht es immer darum und dann ist eben konjugatkomplexe Anpassung eigentlich das Thema. Wir haben das im zweiten Semester mal in Grundlagen-E-Technik gemacht. Das werden wir hier noch ein bisschen vertiefen und dann auch anfangen selber was zu machen. So, Antennen ist ein wichtiges Thema und bei Antennen werden wir erstmal einen ganzen Zoo von Antennen kennenlernen. Und vor allen Dingen werden wir hier auch eine ganze Menge Praxis machen. Ups, das geht jetzt hier nicht. Darf ich nur da schreiben oder was? Und zwar werden wir uns dazu ein Tool besorgen. Das ist auch schon installiert. Das nennt sich Antenna Magus. Und da kann man ohne groß rechnen einfach mal so einen ganzen Zoo von Antennen ausprobieren und simulieren und gucken, wie die angepasst sind, wie die abstrahlen und so weiter. Das ist auf Ihren Rechner drauf. Wir haben da eine Classroom-License dafür. Das ist sehr praktisch und eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Teil, um eine Menge darüber zu lernen. So, wenn Sie schon mal so eine Antenne sehen wollen, müssen Sie sich abwarten können. Ich habe hier mal eine mitgebracht für einen RFID-Chip, wie er zum Beispiel in der Kleidung verbaut sein könnte. Also, sieht dann so aus. Ich habe hier so ein Antennchen, das hier bei wahrscheinlich mehreren unterschiedlichen Frequenzen im 900 MHz und im 400 MHz Band arbeiten wird. So, passive Schaltungen kommen dann irgendwann dran. Also Elemente und dann noch erste ganz einfache Schaltungen in der HF-Technik. Also ganz einfach nur, wie kriege ich Leistung weg? Wie koppel ich Leistung gezielt aus? Also, wenn ich irgendwie nur ein Prozent der Leistung zum Monitoring oder sowas auf einen gewissen Zweig leiten möchte, die Hauptleistung. ob er weiter an die Antenne schicken möchte, wie mache ich das? Transistoren werden wir uns nicht sonderlich tief drum kümmern. Da werden wir so ein bisschen Name-Dropping betreiben und das ist es. Das Kapitel ist auch kurz. Und dann kommt linearer Verstärkerentwurf. Und da werden wir uns erst einmal über die grundsätzlichen Gegebenheiten von HF-Verstärkern Gedanken machen. Und dann werden wir auch hier eine Simulation betreiben. Und zwar mit Qux. Das ist auch ein frei verfügbares Software-Tool. Das ist auf Ihren Rechnern installiert. Das können Sie auch zu Hause installieren. Unter WinLinux ist das mittlerweile etwas schwierig geworden, weil die Entwicklung ins Stocken geraten ist. Und da man das selber kompilieren muss, wenn ich es richtig verstanden habe, damit es läuft. Das ist nicht mehr in den Repos drin. Aber unter Windows müsste das eigentlich noch eine Exe sein, die einfach ausführbar ist. Aber ich kriege es auch, wer das möchte, auf Linux hin. Also ich habe es auch hier drauf. Ursprünglich ist das mal, ich glaube, von Darmstädter E-Technik-Studenten entwickelt worden, das Tool. Das Tool steht übrigens für Quite Universal Circuit. Und hat aber so eine Betonung auf HF-Schaltungen. Also Sie können ja mit HF-Leitungen wunderbar entwerfen. Sie können einfache HF-Schaltungen entwerfen und so. Und das werden wir auch tun. Wir werden also tatsächlich jeder für sich oder ein zweier Team oder so hier in der Simulation einfach mal einen Verstärker entwerfen. Und dann sehen Sie schon, worauf es da ankommt. Also da ist es eher, es mag ein bisschen frustrierend für Sie erscheinen, denn im Prinzip ist es eine Übung von Fehler machen. Also in Probleme rennen, Fehler machen, Lösungen finden es dann doch hinkriegen. Sodass man da an der Stelle mal sieht, wo geht es eigentlich schief. So, ich hoffe, wir kommen ein bisschen auf Rauschen, HF-Rauschen und so weiter. Nicht-Ineritäten müssen wir besprechen. Ein Power-Amplifier ABC, also wie kriege ich wirklich Leistung raus, wird eher weniger werden wahrscheinlich. Mische auch im Überflug. Was ich dies ja erstmalig mache, ist mal ein bisschen was über Radar erzählen. Also was, weil Radar zunehmend wichtig wird, also auch im kommerziellen Bereich wichtig wird. Das war ja bislang über so eine Domäne von Schiffsüberwachung, Flugüberwachung, Militär. Also irgendwie Projektile finden und vernichten und so und Projektile steuern. Radar ist mehr und mehr, also auch durch Automobil, autonomes Fahren, auch in den zivilen Bereich und in den Konsumerbereich reingerutscht. Deswegen möchte ich da ein paar Worte darüber verlieren, wie eigentlich so ein Radarsystem funktioniert. Weil das ist eigentlich die einzige Vorlesung, wo man das machen kann. In die Übertragungstechnik passt das eigentlich nicht richtig rein. So, dann habe ich hier Platz, um zu schreiben. Da ist ein bisschen Platz, dann kann ich das ja einfach mal nutzen. Wir haben insgesamt, glaube ich, geplant, 88 Stunden. So, wir brauchen 77. Das heißt, da sind erstmal 11 zu viel. Und das teilt sich auch nochmal auf hier in 44 Stunden Vorlesung. Und 33 Stunden Labor. Wobei der Übergang zum Ende fließend wird. Also wir haben jetzt, das muss ich Ihnen gleich sagen, wir haben jetzt wahrscheinlich, diese und nächste Woche wird hart werden, weil wir werden wir, müssen wir sehen, wenn Sie nicht mehr können, machen wir nur 7 Stunden. Da werden wir wahrscheinlich 8 Stunden Vorlesung machen. So, das ist begrenzt angenehm. Dafür, das ist aber auch schon vollkommen klar, werden wir in den letzten zwei Wochen jeweils 8 Stunden Labor machen. So, Sie können sich vielleicht denken, warum das so ist. Es ist vielleicht ganz gut, erstmal sich ein bisschen Theorie drauf zu schaffen oder Theorie gehört zu haben, um dann später erst irgendwie dann in die praktischeren Dinge einzusteigen. Also das wird gleiten ineinander übergehen. Es werden einige Teile auch der Vorlesung nicht wirklich frontal vorlesen sein, wie jetzt, sondern eben tatsächlich wirklich, ich entwerfe am Simulator den Verstärker oder so sein. So, dass Sie also da jetzt nicht nur wirklich Frontalbeschallung kriegen, wie Sie es diese Woche kriegen werden, sondern das wird sich einfach dann auch so ein bisschen weiter auflösen. Gut, das ist das. Was brauchen wir noch hier? Wir brauchen noch, ja gut, wir haben dann also 11 Stunden zu viel, die deuten wir dann einfach irgendwann raus und lassen sie wegfallen. Wir werden verwenden die Software-Tools in der Vorlesung, hatte ich schon gesagt. Das wird sein, einmal das Kyux, dann Antenna Magus. Dann werden wir so ein bisschen so ein kleines Java-Tool verwenden. Das ist aber auch alles hochgeladen für das Smith-Diagramm. Und das ist es eigentlich, vielleicht noch ein bisschen Excel. Excel oder LibreOffice. So, der Rest, das kriegen Sie alles. Was brauchen wir noch? Gut, im Labor, da wollte ich irgendwie auch noch was zu sagen. Aber das können wir auch gleichzeitig hier nämlich machen. Jetzt machen wir mal in blau. Labor, das wird eine Hälfte, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Versuche das sind, wahrscheinlich irgendwie so um die vier, fünf. Habe ich das sogar hier drauf? Ne, ist hier, ist da nicht drauf. Okay. Vier, fünf Versuche, das sind wirklich so richtig, wie Sie es aus der vorher auch kennen, Versuche mit hier, da hast du Anleitung und dann nimmst du Messgeräte und dann machst du Messaufgabe an dem Messgerät und so. Also so ein klassisches, eher etwas langweiliges Ding und dann macht man noch eine Auswertung dazu. Und dann wird der Rest, wird sein, ein Projekt. Da können Sie, das müssen wir bald entscheiden, aber nicht heute. Da können wir uns überlegen, dass wir das entweder machen als einen Wettbewerb. Wir werden hier wahrscheinlich drei Gruppen, das wird sich am besten anbieten, machen. Oder das muss einer alleine machen, dann können wir vier Gruppen machen. Aber das ist, glaube ich, doof. Das ist ein Wettbewerb, das heißt, wir werden uns darauf einigen, ob für eine Antenne oder einen Verstärker wird es sein, entwerfen. Und dann geben wir uns hier Spezifikationen vor, was der können soll und so. Und dann baut jede Gruppe hier ihren Verstärker, entwirft einen Verstärker, baut den Verstärker auf und misst ihn durch und hinterher gibt es für den Gewinn eine Tüte Gummibärchen. Geht natürlich nicht, oder Tüte Chips, geht natürlich nicht in die Note ein, wer da gewonnen hat oder wer nicht. Das können wir machen oder wir sagen, eine Antenne, wir wollen eine Antenne entwerfen, die dies und das und jenes kann. Und dann ist eben die Aufgabe, dass jede Gruppe da eine Antenne baut. Die Antenne, die Vorrechtsetzung dafür ist, die muss mit Baumarktmitteln machbar sein. Das geht aber auch. Wir können mal drüben hingehen und können Sie im Labor angucken, was für Antennen wir in der Vergangenheit gebaut haben. Also Plexiglas, Kupferleitung, Milchtüte, CD oder so, sowas, das kann man halt verwenden. Dann baut man sich eine Antenne, dann messen wir sie durch. Der Anschluss und dieses Kabel muss natürlich nicht aus dem Baumarkt sein, sondern das kann wirklich ein HF-Kabel sein. Und ja, das wird sonst nicht gehen. Und dann wird auch die durchgemessen. Und wer die beste Antenne gebaut hat, hat gewonnen und kriegt die Tüte Gummibärchen. Und die andere Variante ist, wir wollen tatsächlich ein System aufbauen, das dann eben besteht aus einem Amplifier oder zwei Amplifiern und einer Antenne. Und das soll dann so aufeinander abgestimmt sein, dass das dann hinterher auch ein System wäre, das funktionieren würde. Wir hatten da jetzt letztes Jahr so ein bisschen was zum DAB gemacht. Die Antenne sahen auch interessant. Das ist offensichtlich gar nicht so einfach, eine wirklich gute DAB-Antenne zu bauen, die über den gesamten DAB-Bereich, also DAB steht für Digital Audio Broadcast, also das neue Radio, das neue UKW-Radio, seit 15 oder 20 Jahren neue UKW-Radio, dass, wie soll ich sagen, ja, das dann zusammen funktionieren könnte. Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und habe einen Versuch weniger gemacht im Labor, damit wir ein bisschen mehr Zeit für das Projekt haben. Das war am Ende immer so total gequetscht und man ist nie richtig zum Messen gekommen. Das war ein bisschen doof. Aber das werden wir dann schon noch hinkriegen. So, das heißt, Sie müssten sich einfach nur in Gruppen finden, was ja schon fast so aussieht, als wenn das passiert wäre. Und ich weiß nicht, ob ich das von der Kamera, möchte ich das nicht sagen. Meine Töchter sind böse, wenn ich von Mädchenteam rede. Nein, aber es geht auch so ein bisschen darum, Spaß zu haben. Man darf auch lästern, aber es bleibt natürlich alles im Rahmen. Also, es wird nicht persönlich und ist alles nett gemeint. Also, es gibt ja auch eine andere Fraktion hier noch in Ihrem Semester, die halt sich verwählt haben. Auch über die darf man lästern. Und es geht tatsächlich so ein bisschen rum. Wir sind ja so wenige hier. Wir können auch ruhig ein bisschen Spaß haben und ein bisschen da mitarbeiten. Achso, was ich noch sagen wollte, es wird keinen Laborbericht geben. Sondern ich möchte von Ihnen als Ergebnis zwei, jede Gruppe macht zwei Videos. So, drei, vier, fünf Minuten. Auch die, auf das Labor gibt es sowieso keine Note. Dementsprechend werden die eben auch nicht benotet. Das einzig Wichtige daran ist, Sie müssen rechtefrei sein. Weil ich die nämlich veröffentlichen möchte. Mit großem. So. Das können Sie ganz einfach handhaben. Im einfachsten Fall stellen Sie sich drei Minuten vor Ihr Handy und erzählen, was Sie gemacht haben. So, das ist nicht ganz Sinn der Sache. Und das macht dann auch nicht so richtig Spaß. Im schlimmsten Fall, das mit der Musikhinterlegung sparen Sie sich am besten, weil dann weiß man immer nicht, ob das jetzt wirklich rechtefrei ist oder nicht. Im anderen Fall halten Sie dann, nehmen Sie gewisse Arbeitsschritte auf, nehmen Sie das Messgerät auf oder Ihr Gerät, Ihre Entwicklung auf, die Sie da gemacht haben. Und sagen dann was dazu oder vertonen das hinterher oder so. Also man kann das mit relativ wenig Aufwand machen. Man kann das mit ganz viel Aufwand machen natürlich. Sie wissen, ein Werbevideo zu drehen ist sicherlich viel Arbeit. finden Sie da einen vernünftigen Mittelweg und dann wollen wir das auch irgendwie uns angucken und hochladen. So, das ist eigentlich der Sinn der Sache. Drei bis fünf. Ja, also das kriegen wir dann schon alle hin. Das ist nicht so dramatisch. Und irgendwann vor Weihnachten möchte ich die haben oder irgendwann kurz nach Weihnachten. Also muss auch nichts. Ist kein Zeitdruck in der Klausurphase dabei. Gut, so, das waren so die wesentlichen Dinge, die ich hier sagen wollte erst mal. Am Anfang gibt es jetzt da an der Stelle schon mal Fragen. Nicht, gut. Dann gucke ich mal, ob ich hier in die Slides einsteige, bitte. Kann ich dann das jetzt hier parallel öffnen? Das kann ich. Das ist sehr schön. So, ich gehe jetzt hier auf die, das ist auch richtig. Ich gehe jetzt hier auf die Slides über. Ich habe eben nur wegen des Inhaltsverzeichnisses, habe ich eben das Skript genommen. Das habe ich nämlich nicht hier auf den Slides so richtig drauf. Und gehe jetzt hier so da durch. So, dann steigen wir erst mal ein in die RF Basics. Also die Folien habe ich damals mal auf Englisch gemacht. Das war noch eine Zeit, wo ich in der Industrie gearbeitet hatte oder frisch aus der Industrie kam. Da war eigentlich Englisch so die Sprache der Wahl. Ich habe nichts mehr auf Deutsch geschrieben. Also auch Protokolle, über denen nur deutsche Kollegen dabei waren, habe ich auf Englisch geschrieben, weil die wollte ich dann doch irgendwie einem chinesischen Kollegen irgendwann mal schicken. Guck mal, wir haben das besprochen, dann hätte ich es übersetzen müssen. Also dementsprechend sind die Folien auch so geworden. Und ich habe es dann auch weiter auf Englisch gepflegt. Ich könnte diese Vorlesung auf Englisch halten, wenn Sie denn alle wollten. Das ist auch mal eine Erfahrung. Ja, Sie lachen. Ja, klar. Meist wollen die Studenten das nicht. Was soll's. Nenne ich das ja vielleicht. So, aber mit dem Englisch lesen werden Sie sicherlich klarkommen. Im Nachhinein war es eben nicht die beste Entscheidung, das so zu machen. Dann hätte man es besser auf Deutsch gemacht. Aber auf der anderen Seite, ich bin eigentlich der Meinung, Ihr Studium ist eh zu deutsch. Kann auch mal eine englische Folie auch vorkommen. Naja, wenn Sie den industriellen Alltag sehen, der ist viel internationaler als Ihr Studium. Was eigentlich schade ist. Okay, was möchte ich machen? Einfach so ein bisschen Awareness wecken. War es wieder. Für HF-Technik, warum das ein bisschen anders ist als die klassische Elektronik. Warum da Dinge anders sind, möchte ich irgendwie eine Basis legen für HF-Engineering. Wichtige Konzepte erläutern. Das sind aber nur zwei, drei, vier. Und so ein bisschen, es geht auch immer. Auch das ist Teil des Lernens. Es geht auch immer darum, das richtige Vokabular zu lernen. Also wovon redet man eigentlich? Damit man sich mit den Fachleuten auch wirklich unterhalten kann. Und damit man auch als Fachmann rüberkommt. So ein bisschen hat das natürlich auch von Standesdünkel und so. Gut, dann das DBM möchte ich noch mal kurz einführen und damit rechnen. Und Frequenznutzung und ein bisschen was über HF-Messtechnik sagen. Nicht viel, nur so ein bisschen. So, erstmal, worum geht es hier und wo bewegen wir uns? Das ist hier, eigentlich ist das Falsche betont. Nämlich das sichtbare Spektrum ist hier so rausgezogen. Aber ich habe kein anderes Bild gefunden und selber machen wollte ich keins. Ja, wo waren wir? Das ist hier die eigentliche Domäne von Grundlagen E-Technik 2. Also hier ist Grundlagen E-Technik 1. Hier ist so Grundlagen E-Technik 2, wenn man das einhängen möchte. Und hier an der Stelle bewegen wir uns jetzt hier vielleicht bis in den Bereich der Millimeterwellen oder der Zentimeterwellen. Also bis in die mehrere Gigahertz hoch, hier 10 Gigahertz. Zum Beispiel so ein Satellitenfernsehen funktioniert bei 12 Gigahertz. Wenn Sie mal Wetterradar reden, sind Sie bald bei 100 Gigahertz. Wenn Sie jetzt mit einem Nacktscanner oder so was, an einen Nacktscanner denken, so am Flughafen, der da irgendwie Metall oder Windeln finden soll, dann befinden Sie sich etwas unter einem Terahertz. So, also das ist so jetzt für uns das Thema. Sicherlich etwas unterschiedliche Konzepte und Techniken kann man noch verwenden. Hier so im Langwellenbereich, im UKW-Bereich auch, den beherrscht man ja auch schon lange, lange, lange. Auch da kann man noch zum Beispiel mit diskreten Bauelementen arbeiten, auch mit bedrahteten Bauelementen arbeiten. Also Sie kennen vielleicht alte Röhrenradios noch, die sind natürlich mit Drähten gebaut. Also das ist hier so das FM-Radio und so. Und dann gehen wir irgendwann hier in den Bereich des Radars und so und da ist dann auch Schluss für uns hier. Im nächsten Semester werden wir noch ein bisschen was hier über Infrarot, also optische Übertragungstechnik lernen. Das ist aber nächstes Semester und da geht man nicht mehr wirklich richtig mit HF-Techniken ran, sondern da ist man eben in der Optik schon unterwegs. Und alles das, was da drüber ist, ist für uns nicht mehr so, also in dieser Vorlesung überhaupt nicht relevant, weil es eh vollkommen anders funktioniert. Und die Techniken, die wir hier anwenden, sind gar nicht mehr anwendbar. So, Sie sehen jetzt hier, ich habe das ganz bewusst mal so ein bisschen rausgefischt, Sie sehen jetzt hier auch so sicherlich so ein bisschen so die Entwicklung. Also, als man, wie soll ich sagen, als man dieses Bild gemacht hat hier, nee, dieses Bild nicht, sondern als man diese Einteilung hier gemacht hat, da war irgendwie 3 bis 30 MHz, das heutige Kurzwellenband, die hohe Frequenz, also die High Frequency. Darunter hatten wir hier so das Mittelwellenband, das 300 MHz bis 3 GHz und dann die Low Frequencies und da unten drunter die Very Low Frequencies. So, also das war so die Einteilung dann geschichtlich gesehen damals an der Stelle so. Ja, was verwendet man eigentlich wo? Diese wirklich Very Low Frequencies, der Vorteil bei den Dingern ist, das sind einfach ganz, ganz lange Wellen, die auch eben eine sehr, sehr hohe Reichweite haben und wo vor allen Dingen auch die Bodenwelle eine Rolle spielt. Also die folgen im Prinzip der Krümmung der Erde, die Wellen, und werden nicht dann in den Raum abgestrahlt wie andere, sondern sie folgen wirklich der Krümmung der Erde und sind dann eben sehr weit auf dem Erdglobus, also es geht nicht vollkommen rum, also sehr weit auf dem Erdglobus eben verfolgbar und auch relativ leicht detektierbar und auch mit hohen Leistungen kann man da erzeugen, sodass man da hohe Reichweiten erreicht und da konnte man zum Beispiel auch ganz gut Navigationsfeuer mitbauen. Sie kennen ja, also Feuer, sagt man in der Navigation, wenn man Leuchtturm meint, ob der nun brennt oder nicht, ist da irrelevant. Sie kennen ja Leuchttürme sicherlich, da weiß man eben ganz genau, da leuchtet es, da ist der Leuchtturm, man kann nicht mal eine Richtung zu dem Leuchtturm bestimmen und sowas kann man eben auch mit Funk machen. Die Optik ist offensichtlich begrenzt durch atmosphärische Störungen und die Krümmung der Erde, das heißt also, wenn da irgendwie die Erdhügel dazwischen ist, dann sehen sie Leuchtturm nicht mehr. Deswegen hängt die Reichweite eines Leuchtfeuers auch im Wesentlichen davon ab, wie hoch der Leuchtturm ist. So, bei diesen niedrigen, niedrigafrequenteren elektromagnetischen Wellen ist das anders, wie schon gesagt, die schmiegen sich so ein bisschen um die Erde rum und dann kann man die eben meinetwegen über die ganzen Nordatlantik verfolgen, wenn man kein GPS hat, was man damals ja nicht hatte, dann nutzt man das eben auch, um da so eine Art Peilsender aufzubauen, sodass man dann eben auf dem Nordatlantik seine Richtung zu Starrwanger bestimmen kann, da stand es nämlich. So, für Sona, also unter Wasser, haben Sie natürlich auch schwierige Ausbreitungsbedingungen, allein schon aufgrund der Leitfähigkeit kann man es verwenden. Okay, dann haben wir hier die Low Frequency. Es gibt in dem LF-Bereich einen ganz wichtigen Dienst, den Sie wahrscheinlich alle nutzen. Also hier ist keine, Funkuhr. Bei 77,5 Kilohertz steht der Zeitzeichensender bei Mainflingen in Frankfurt, so eine riesen Antennenanlage, mehrere Fußballfelder groß, 200 Meter hohe Türme. Und da wird eben die Zeit, die Funkuhrzeit ausgesandt. Gemacht wird sie ein bisschen, also gemacht wird sie eigentlich bei der PDB in Braunschweig, aber dann wird sie da nochmal repliziert und von da aus eben auch wirklich ausgesandt. Und Sie können diese Signale bis nach Spanien empfangen. Also das ist so der wichtigste kommerzielle Dienst, den Sie vielleicht kennen. Und wenn Sie so einen Radiowecker, wenn Sie einen Wecker zu Hause haben, der als Funkuhr funktioniert oder Funkuhren haben, die sich automatisch umstellen und so, dann empfangen die eben diese Zeitzeichensignale auf 77,5 Kilohertz. Wenn Sie mal da reingucken, finden Sie auch die kleine Antenne, das ist so ein Ferritstab, mit einer Spule drum gewickelt. Ja, gut. So, dann haben wir die mittlere Frequenz hier. Da ist natürlich die zunehmend abgeschalteten, eigentlich komplett abgeschalteten, Amplituden modulierten Sender, also das AM-Band, im Amerikanischen würde man sagen, die Mittelwelle heißt es auf Deutsch, da steht ein MW auf den Radios, gibt es eigentlich fast nicht mehr, was eben so die Radiobastelei auch zunehmend langweilig macht, also auch wenn wir hier Girls Day oder sowas haben, da haben wir früher immer irgendwie so Radios gebaut, die aber keinen Sinn mehr machen, weil es gibt nichts mehr, was da ausgesendet wird, was man damit empfangen könnte, das ist ein bisschen doof. Im maritimen Bereich, also im Seefunk, ist das noch verbreitet, das Band. Wenn Sie nämlich über den UKW-Bereich von Part 10, 30, 40 Seemeilen hinauskommen wollen und mit irgendwem kommunizieren wollen, dann würden Sie das Grenzwellenband verwenden, das ist so etwa im 2 MHz-Bereich. Liegt also irgendwo so zwischen den Mittelwellen- und dem Kurzwellenbereich, damit kommen so 150 Seemeilen weit, das ist ja schon eine Menge, damit kann man schon gewisse Seegebiete abdecken. So, da ist das also auch noch wirklich verbreitet. Dann das High-Frequency oder eher Kurzwellenband, auch das in der maritimen Kommunikation gerne verwendet. Das ist das einzige Frequenzband, in dem Sie maritime Kommunikation weltweit betreiben können. Also auch die Satelliten schaffen nicht die Polkappen. Das ist der Punkt. Also es gibt so Seefunksatelliten für Seetelefonen und so, aber die schaffen eben nur bis zum 70. Breitengrad. Die schaffen nicht die Polkappen. Und wenn Sie da im Pol unterwegs sind mit Ihrer Segeljacht, ich wüsste nicht, warum man das tun sollte, aber man kann ja, dann sind Sie auf Kurzwelle angewiesen. Kurzwelle deswegen, weil da eine weltweite Kommunikation möglich ist, nicht weil sich die Welle um die Erde schmiegt, sondern weil die Welle von der Ionosphäre reflektiert wird und dann so im Meer bei uns zickzack, können wir mal zeigen, zickzack, wirklich bis Australien kommt, wenn nötig. So, und da ist noch ein anderes Band, das Sie auch, oder zwei Bänder, die sich mutmaßlich auch gerne verwenden, da ist das berühmte CB, das Citizen Band. Wenn Sie früher so als Kinder mal so ein Walkie-Talkie hatten von Papa oder so, wenn Sie mal Geschenke kriegt haben zu Weihnachten, dann war das wahrscheinlich bei 27 MHz. Wenn Sie früher eine Fernbedienung, Fernsteuer, Auto, Boot, Flugzeug oder sowas hatten, war das bei 27 MHz. Da darf man mehr oder weniger machen, was man möchte mit dem Citizen Band. Und das ist aber heutzutage auch eher 400 MHz oder 2,4 GHz, also dahin gerutscht. Und die PMR sind, also die Walkie-Talkies, die man heute verwendet, die auch digital funktionieren, laufen im 460 MHz Band. Also sind gerutscht in der Frequenz. Der Preis dafür ist gewesen, dass die Reichweite auch nicht mehr gar so groß ist. So, und für Sie wahrscheinlich ganz wichtig die RFID, also Radio Frequency Identification Tags, also das, was Ihr Studentenausweis ausmacht und so. Also womit Sie bezahlen, also NFC letztlich, also das heißt dann irgendwo anders, Near Field Communication, also NFC funktioniert im Bereich von 13,56 MHz. Na gut, so, und dann kam nach der High Frequency natürlich die Very High Frequency. Das wird jetzt witzig, finde ich. Deswegen habe ich das Bild da auch so hingelegt. Das muss man nicht auswendig wissen. Natürlich geht es hier im Wesentlichen deswegen auch die Dreierzahlen hier um Wellenlängen. Okay, und das sind eigentlich auch die Bänder, wo Sie auch kommerziell mehr unterwegs sind und auch heutzutage mehr Dienste kennen werden. Im VRF-Band, das ist das normale UKW-Band. Da haben Sie Ihr normales Autoradio. Das, was seit ein paar Jahren abgeschaltet sein soll, aber wahrscheinlich noch lange, lange leben wird, weil nämlich die Leute nicht akzeptieren, auf DAB umzusteigen. Wobei DAB echt cool ist, ne? Also DAB-Radio, da ist die Qualität besser. Die Auswahl der Sender ist gut und besser. Also es lohnt sich eigentlich schon. Auf der anderen Seite, wer will dann Tausende für ausgeben, ne? Terrestrisches Fernsehen, Teile sind da. Die Luftverkehrsüberwachung und so funktioniert da. Also eine ganze Menge Dinge, sie nutzen. 300, also Ultra High Frequency, also nach Very kam dann Ultra. Da haben wir zum Beispiel, also auch wieder Fernsehdienste. Auch da das digitale DVB-T funktioniert zum 800 MHz-Bereich. Da haben wir die Autoschlüssel bei 400 und bei 433, 865, 68 MHz. Überwachungsradare, Satellitenkommunikation, beispielsweise GPS, findet im L-Band statt bei 1,5 GHz. Das sind 1,5 GHz-Signale, die da auf sie einprasseln. Und da haben wir das Industry Scientific and Medical Band, die berühmten ISM-Bänder. Das sind Bänder, die relativ schwach reguliert sind von der Bundesnetzagentur. Also wo einfach gesagt wird, in gewissen Grenzen, du darfst nicht machen, was du willst, aber in gewissen Grenzen, darfst du in diesem Frequenzband machen, was du möchtest. So. Und da ist eben das ganz berühmte Band von 2,4 GHz, also 2,4 bis in Europa 2,483 MHz, wo wir WLAN, Bluetooth, Mikrowellenofen haben. Oder ein bisschen was anderes. ZigBee. Und wenn ich jetzt länger nachdenke, kommen wir auf noch mehr Sachen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass da in dem Band auch eine Menge passiert. Also allein schon, wenn Sie hier in der Stadt irgendwie mal Ihr Handy aufmachen, gucken, wie viele WLAN-Hotspots es da gibt, dann wird Ihnen ja schwindelig. Also das wird gerne genutzt, weil es eben auch lizenzfrei nutzbar ist. Da muss ich mich nur an die Grenzen halten, da muss ich keinen fragen. Während andere Bänder, wie Sie jetzt vielleicht gerade wieder hören, die 5G-Frequenzen, also die fünfte Generationenfrequenzen, sollen ja versteigert werden. Da diskutiert man ja auch schon wieder darum, zu welchem Preis sie versteigert werden dürfen oder nicht. Das heißt also, der Staat, repräsentiert durch die Bundesnetzagentur, vergibt Lizenzen gegen Geld oder gegen Auflagen. Also dann darf man eben da das nutzen. In 2000 wurden ja die UMTS-Lizenzenfrequenzen versteigert. Also das berühmte Band 1 bei 1900 und bei 21 100 MHz. Also das, was wir heute alle nutzen, wenn Sie auf Ihrem Handy 3G oder H oder H+, oder sowas lesen. Dann sind Sie da unterwegs. Können Sie sich vorstellen, was in der Summe gezahlt wurde? Für die, also in der Summe. Ich meine, es waren 4 Bieter damals. Oder 3 oder 4 Unternehmen, die dann da auf Frequenzen gekriegt haben. Was die in der Summe ausgegeben haben? Eine Milliarde, mehr oder weniger. Okay, 10 Milliarden, mehr oder weniger. Also es waren 100 Milliarden D-Mark. Es waren auch D-Mark-Zeiten. Ja, 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 ja. Das hat doch nicht jedes Unternehmen überlebt. Und man kann dem Staat, das war damals Hans Eichel als Finanzminister, man kann dem Staat das natürlich vorwerfen, dass er sich da stark bedient hat. Und das im Prinzip ist eine Sondersteuer auf Hightech, die dann natürlich eventuell zur Kohlesubvention genutzt werden kann oder so, also auf auslaufende Technologien. Man kann das bewerten, wie man möchte, aber auf der anderen Seite gehören hat auch zwei dazu. Also die Telekoms hätten ja auch nicht sagen müssen, wir zahlen so viel. Die würden auch sagen, vergiss es, mach dein Kram allein und machen nicht mit. Also auch das wäre gegangen, wobei man auch da fairerweise sagen muss, dieses Bieterverfahren ist eine Auktion gewesen, ist natürlich auch so angelegt gewesen, dass möglichst viel Geld dabei rauskommt. So, es hat speziell in Deutschland natürlich auch einen enormen Druck aufgebaut auf die, also finanziellen Druck auf die Telekom-Betreiber und auch auf die Zulieferer, nicht? Also das ist nicht unbedingt eine Förderung des Wirtschaftsstandortes gewesen, wenn man das mal so formulieren möchte. Was die diesmal dabei rauskriegen wollen, weiß ich nicht. Also es fließen dafür irre Gelder. Es war natürlich auch die, die, the bubble, ne? Also es war natürlich auch die Internetblase zu der Zeit gerade. Also da haben sowieso alle geglaubt, dass, weiß nicht, was die geglaubt haben. Okay, so, dann haben wir 3 bis 30 GHz, die Super High. Warum ist ein Super eigentlich über, Ultra? Egal. Da sind viele Radars unterwegs, da ist auch ein Automotive Radar unterwegs. Also es gab auch mal Überlegungen, das Einparken nicht mit Ultraschall, sondern mit Radar zu machen, gibt es auch immer noch. Bei 24 GHz, da sind zum Beispiel auch Bewegungs-, da ist auch noch ein ISM-Band. Da gibt es zum Beispiel auch so einfache Radar-Bewegungsmelder, die bei 24 GHz funktionieren. Also so Beamtenüberwachungsapparate, also wenn da im Raum sich keiner mehr bewegt und das Herz nicht mehr schlägt, dann geht das Licht aus oder so, ne? Also, Satellitenfernsehen bei 12 GHz, da ist noch so ein Loch in der Junosphäre, da kommt man ganz gut durch. Das findet da statt. So, wenn wir jetzt noch höher gehen in der Frequenz bei 30 bis 300 GHz, dann haben wir so knapp unter 100, ich meine bei 96 Wetterradar, also wo ist der Tornado, wo ist das Gewitter und so, und wie kommen die Wolken hier hin, das muss man auch irgendwie rausfinden. Da haben wir dann bei 30, 38 GHz Microwave Links, wenn Sie mal da hoch gucken, dann sehen Sie da so eine, sehen Sie nicht, muss ich mal holen, ich habe ja eine da. Also manchmal sehen Sie neben so Mobilfunkantennen auch so umgekippte Salatschüssel, das sind Parabolantennen für Mikrowellenrichtfunkverbindungen, die mutmaßlich auch in diesem Frequenzband stattfinden können. Short-Range Communication im 60 GHz Bereich, das 60 GHz Bereich ist extrem unattraktiv zur Nutzung, weil da nämlich eine Sauerstoffobstruktionsbande liegt. Das heißt, Sie haben da eine große atmosphärische Dämpfung drin. Das heißt, es lohnt sich eigentlich, oder kann man eigentlich keine größeren Strecken mit überwinden, aber wenn Sie nur kurze Strecken überwinden wollen, also sprich in Ihrem Wohnzimmer, von der Kamera zum Fernseher oder sowas, dann eignet sich das natürlich wunderbar. Das können Sie im nächsten Raum wiederverwenden, oder das können Sie nach kurzer Strecke wiederverwenden, das Frequenzband und die Bandbreiten da sind irre. Damit sind auch Datenraten, hohe Datenraten erreichbar. Und für eine Kurzstreckenkommunikation ist es einfach völlig in Ordnung, völlig ausreichend. Es gab auch mal Ideen, ich weiß nicht, was man das umsetzt. Das wollen wir heute wahrscheinlich anders machen. Also erstmal ist es auch im WLAN-Standard mit aufgenommen, auch das 60 Gigahertz-Band taucht da mit auf. Gerade für sowas, man hat zum Beispiel auch mal an Applikationen gedacht, ich kann ja beim Tanken, ich tanke und meine Kinder saugen sich gerade noch eine DVD-Wireless runter und können die dann auf der weiteren Fahrt gucken oder so. Das könnte ja sein. Dann könnte man eben diese DVD während eines Tankvorgangs gerade übertragen, das ist wie im Auto und dann kann da weiter geguckt werden. Also solche Möglichkeiten könnte man sich ja auch denken. Oder eben Heimvernetzung, wenn Sie eben hohe Datenraten von irgendwelchen Kameras oder irgendwelchen NAS-Servern oder so mal eben schnell auf Ihr Fernsehen, auf den Bildschirm bringen wollen und so wäre das eine Möglichkeit. So, dann haben wir was, das wir jetzt. Aha, kommt wieder. Das wollten wir jetzt natürlich nicht. Geht, geht aber weg. So, und dann haben wir da noch das Automotive Radar, also dieses Abstandswarnradar, wenn Sie sowas in Ihrem Auto, weiß nicht, wer hat sowas? Adaptive Cruise Control? Ne. Das funktioniert bei 77 Gigahertz. Da brauchen Sie auch eine relativ geringe, hohe Frequenz, weil Sie eine hochbündelnde Antenne haben wollen und eine hochbündelnde Antenne muss groß sein, groß gegenüber der Wellenlänge. Wenn Sie also nicht jedes Auto aussehen lassen wollen wie ein Radlader, so mit vorne der großen Antenne dran, dann müssen Sie die Antenne klein kriegen. Um die Antenne klein zu kriegen, brauchen Sie eine kleine Welle, also eine hohe Frequenz. So, weil Sie wollen ja auch eine gute Auflösung haben, weil Sie wollen ja wissen, passe ich durch die Brücke durch, da in 100 Meter oder nicht, also müssen wir schon die Winkelauflösung schon entsprechend hinkriegen. So, ich finde das übrigens sehr angenehm, dass mittlerweile die schweren Hochklasse, die schweren Oberklasse-Limousinen sowas haben, weil die halten dann mehr Abstand. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor BMW und Audi und so. Sonst hatte ich... Ja, es ist richtig. Na gut, so. Haben wir was dazu? Kann man noch was dazu sagen? Ja, das machen wir gleich. Ja, hier habe ich es nochmal ein bisschen weiter reingezoomt, so ein paar ausgewählte Dienste hier mal rausgegriffen, damit Sie auch so ein bisschen sich im Frequenzbereich orientieren können, was eigentlich wo stattfindet. Also wie gesagt, automobile Unterklasse bei 433 MHz, Oberklasse bei 868 oder so, um das Auto aufzumachen. Dieses Remote-Car-Lis-Entry, worüber wir auch eine Studienarbeit hier machen, funktioniert auf zwei Frequenzbändern, einmal für die Anforderung an Schlüssel bei 135 kHz, 25. Das ist so eine RFID-Frequenz, die, weil die Antenne im Auto scheiße ist, weil, wie ich eben schon sagte, wenn Sie nämlich eine gute Antenne in dem Frequenzbereich bauen wollen, dann hat die so 100 Meter Höhe, was nicht so ganz in die Hosentasche passt und ins Auto auch nicht. Und deswegen ist jede Antenne nicht so richtig effektiv, wie man sie eigentlich bauen wollte. Deswegen ist die Reichweite so gering. Und deswegen reagiert nur der Schlüssel, wenn er unmittelbarer Nähe des Senders ist. Hoffentlich. Aber man kann das ja verlängern, wie Sie wissen. So, dann haben wir das ursprüngliche D-Netz, das GSM-Band, das bei 880 bis 935 ursprünglich stattfindet. Mittlerweile ist das Band etwas größer. Auch geworden mit 200 Kilohertz. Und das hat eine ganz einfache, große Minimum-Shift-Keying-Modulation. Darüber werden wir im nächsten Semester lernen. Was hier entscheidend ist, ist eigentlich bloß das Band hier. So, als das kleine Band da schon nicht mehr reichte, hat man dann das E-Netz auch eingeführt. Bei 1710 bis 1880. Die Amerikaner, am amerikanischen Kontinent liegen die Frequenzen woanders. Schlichtweg, weil die diese Frequenzbänder schon belegt hatten mit ihren Diensten und dann aber irgendwann doch überwältigt waren von dem Erfolg des GSM aus Europa und dann doch das einführen mussten. Deswegen haben Sie in Amerika die Frequenzbänder in der Nähe aber etwas anders liegen. Wenn Sie also weltweit ein Handy haben wollen, das weltweit telefonieren kann, dann brauchen Sie eins, das mindestens vier Bänder unterstützt. Also mindestens ein Vierband-Handy. So, dann haben wir eben die WLANs hier bei 2400 bis 2400 bis 2483,5. Die Bandbreiten stimmen nicht mehr ganz. Da kann man noch mehr kombinieren. Dann mit Lücken allerdings hier im 5 Gigahertz Band, das als A ursprünglich mal standardisiert wurde, aber als N und A und AZ und so weiter noch wiederkommt und stärker genutzt wird. Also mittlerweile können die Fritzboxen und was weiß ich alles auch 5 Gigahertz sprechen und die Handys sowieso. Mein eines Laptop noch nicht, mein altes. Das sogenannte berühmte UMTS Whiteman CDMA Band 1. Hier, das ist das eben für das Geld, was ich eben nannte, versteigert wurde. Dann LTE 2,5 bis 2,69 Gigahertz und Bluetooth im gleichen Bereich wie WLAN. So, nur damit man sich so ein bisschen in dieser Frequenzebene bei dem, was man so täglich nutzt, mal orientieren kann. Nur darum geht es eigentlich, genau, tägliche Nutzung. Ja gut, all dem, jetzt einmal zum Schocken, über all dem liegen die Maxwell'schen Gleichungen, die ich jetzt hier nicht auseinandernehmen werde. Diese Folie taucht eigentlich nur dazu auf, um Sie noch mal so ein bisschen daran zu erinnern, dass das, was Sie vielleicht mal gesehen oder gelernt haben, dann doch irgendwie die Basis für das ist, was wir hier tun. Also wenn Sie die unter allen Randbedingungen lösen könnten, dann wären Sie ein gemachter Mann oder Frau. Aber wir werden da nur um Spezialfälle und um Anwendungen uns kümmern und uns nicht hier darin verlieren. Okay, so. Was ist in der HF-Technik anders als bei dem, was wir in Grundlagen-E-Technik gelernt haben? In Grundlagen-Elektrotechnik war es doch immer so, wenn ich hier irgendwie mal eine Leitung irgendwo hingezeichnet habe oder ein Schaltbild irgendwo hingemalt habe. So, Widerstand. Wie groß, wie lang war dieser Widerstand? Der war unendlich klein, der hatte keine physikalische oder keine geometrische Ausdehnung. Wenn ich irgendwo eine lange Leitung gemalt habe, also nicht die, auf der ich stehe, wie lang war diese Leitung? Null. Wenn ich irgendwo eine Masche geschlossen habe, wie groß war die umschlossene Fläche? Null. Also alles Null. Wenn man hier jetzt mal so ein bisschen dran schreibt. L gleich Null. Vielleicht muss ich es so schreiben. A gleich Null und A umschlossen auch gleich Null. So, das war alles Null. Das war alles verschwunden. Und das ist heutzutage nicht mehr so in der HF-Technik. Sondern wir müssen einfach aufpassen, dass hier die physikalischen Dimensionen berücksichtigt werden müssen. Da hole ich hin. So, die physikalischen Dimensionen müssen berücksichtigt werden. Das ist nämlich mittlerweile hier ungleich Null. Das ist ungleich Null. Insbesondere das ist ungleich Null. Wir müssen also anfangen, dass wir nicht nur die Parasitics, das haben Sie vielleicht noch im zweiten Semester oder so mal gelernt, dass ein Widerstand nicht nur ein Widerstand ist. Und ein Widerstand, naja, der ist fast immer dann doch schon sehr gut ein Widerstand. Der kommt mit einer gewissen Kapazität daher. Oder wenn es ein Drahtwiderstand ist, mit einer gewissen Induktivität. Speziell eine Induktivität ist nicht immer eine Induktivität, sondern kommt eben vor allen Dingen auch mit einem großen kapazitiven Belag daher. Also das muss man berücksichtigen. Und wir müssen vor allen Dingen auch aufpassen, dass das hier eventuell in Bereiche der Wellenlängen kommt. Wenn Sie hier im Gigahertz, hohen Gigahertz-Bereich unterwegs sind, ist eine Welle ein paar Millimeter lang. Und dann spielt auch ein SND-Element, die Ausdehnung eines SND-Bauteils eine Rolle. So, also die müssen wir uns angucken. Und dann, auch das ist historisch bedingt, wir haben bislang immer wahrscheinlich Spannung und Strom irgendwie gemessen und hingeschrieben und wollten damit umgehen und so. Das ist, also bei sehr hohen Frequenzen ist es relativ schwierig, Spannung und Strom zu messen. Das macht auch nicht immer Sinn. Aber eine Spannung wirklich anzugeben mit, das ist jetzt hier der Betrag oder dem momentanen Ding der Phase oder das ist eben die Amplitude oder sowas, ist einfach schwierig zu messen. Und Leistung ist immer sehr einfach zu messen gewesen. Das kann ich sogar bei Licht. Also wenn ich wissen möchte, wie stark ein Strahler ist oder wie stark die Sonne ist, dann stelle ich einfach einen Wassertopf in die Sonne und gucke, wie lange der braucht, bis das Wasser heiß ist oder warm wird. Und wie warm das Wasser wird. Damit habe ich einfach Leistung gemessen. Das kann man thermisch ganz gut machen und das kann man mit elektromagnetischen Wellen eben auch machen. Im einfachsten Fall nimmt man eben einfach die elektromagnetische Welle, leitet die auf irgendeinen Widerstand und guckt, wie warm der Widerstand wird. Und das geht, wenn Sie diesen einen Widerstand, wo nämlich die elektromagnetische Welle drauf geht, nur richtig klein genug ausführen, das geht bis in den hohen Gigahertz-Bereich. Das geht nicht problemlos. Das geht mit Wellen, die auf Leitungen geführt werden, auf Drähten geführt werden. Das geht mit Wellen in Hohlleitern. Das geht mit Wellen, die einfach nur strahlen. Also die irgendwie einfach nur so als der Freiraumausbreitung unterliegen. Also das kann man problemlos machen. Und deswegen ist die Leistung das, was uns hier am meisten interessiert. Und deswegen werden wir am allermeisten auch über Leistung reden. So, die unmittelbare Folge davon ist, bislang war es immer so, dass das Messequipment möglichst unsichtbar für die Schaltung sein sollte. Also ein Amperemeter hat einen Innenwiderstand von 0, damit es den Strom nicht bremst und ein Spannungsmesser hat einen Innenwiderstand von unendlich, damit es die Spannung nicht oder den Strom nicht ableite, nicht quer leitet. Die unmittelbare Folge ist, Sie können an beiden Widerständen keine Leistung umsetzen. Also an einem Widerstand mit 0 Ohm kann keine Leistung umgesetzt werden oder an einem Widerstand mit unendlich Ohm auch nicht. Also es ist immer 0, die Leistung, die da umgesetzt wird. Idealerweise. Und so soll es ja auch sein. So, nur wenn Sie Leistung messen wollen, dann geht das nicht. Dann brauchen Sie was, wo Sie Leistung auch wirklich dran umsetzen können. So, und in der HF-Technik hat das eben zur Folge, dass eben das Messequipment in der Regel einen Innenwiderstand von 50 Ohm, 75 Ohm hat und so. Es soll auch noch reflektionsfrei anschließbar sein. Das heißt, wenn Sie eine Leitung haben in dem Innenwiderstand von 50 Ohm, dann mal das vorweggenommen, schließen Sie einfach einen 50 Ohm Widerstand an, dann wird die Welle darin vernichtet und wird nicht reflektiert. Und Sie können in den 50 Ohm Leistung umsetzen. So, also hat aber auch unmittelbar die andere Konsequenz, wenn Sie irgendwo einen 50 Ohm Widerstand und sei es ein Messgerät einschließen, dann ändern Sie Ihre Schaltung damit. Das ist was anderes, als wenn Sie irgendwas Hochohmiges irgendwo parallel schalten. Also, wenn Sie irgendwo messen, greifen Sie in die Schaltung ein. Einmal dadurch. Und zum anderen auch deswegen, weil natürlich überall irgendwelche Felder ausgesendet werden und irgendwelche Felder drumherum sind. Und wenn Sie an eine Leitung rangehen und da mit so einem feuchten Finger oder so in der Schaltung irgendwie rumtatschen, dann ändern Sie die Anpassbedingungen und auch über die Übertragungsbedingungen dieser Leitung und greifen in Ihre Schaltung ein. Und das liegt einfach daran, dass Sie berücksichtigen müssen, wie die Felder sich da ausbreiten und wie die Felder um die Leitung drumherum sind. So, das ist grundsätzlich anders. Das ist in der Niederfrequenztechnik nicht so gewesen. Deswegen, wenn wir als HF-Ingenieure unterwegs sind, dann denken wir erst einmal immer in Wellen und Wellenlängen und Frequenzen. So, das muss man sich immer irgendwie erstmal vergegenwärtigen. Wie lang ist jetzt diese Welle? Worüber rede ich hier eigentlich? Wie hoch ist die Frequenz, über die ich rede? Und das ist nicht einfach nur eine Zahl, sondern das muss auch irgendwie mal mit ein bisschen Leben gefüllt sein. Sie wissen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Wellenlänge und der Frequenz. Und das Ganze geht natürlich über die Lichtgeschwindigkeit des freien Raumes, die so mit 300.000 km pro Sekunde daherkommt. Also ist ein bisschen zügig, das Zeug. Aber spielt eben dann doch eine Rolle. Und wenn Sie sich jetzt mal einfach überlegen, das ist jetzt keine Tabelle, aber die können Sie ein, zwei Punkte einfach merken. 10 Gigahertz als Freiraumwelle, also Vakuum oder Luft, Luft in etwa, also echt genau genug, hat eine Welle, eine 10 Gigahertz Freiraumwelle, hat eine Länge von 30 mm oder 3 cm. Das ist so viel. Das ist jetzt schon groß, wenn Sie das gegenüber ein paar SMD-Elementen betrachten und so, aber Sie können sich überlegen, eine Platine ist in der Regel schon wieder größer als das. Also irgendwo auf der Platine haben Sie eben da mal einen Wellental und einen Wellenberg und so. Bei einem Gigahertz wird es ein bisschen stressfreier, da sind es dann 30 cm, das ist so viel, so viel in etwa. Und wenn Sie jetzt noch weiter runtergehen, gehen wir nochmal auf 100 MHz, weil das ist das FM-Band, da sind wir dann bei drei Meter. Das ist jetzt schon, ja doch, also die UKW-Welle im Autoradio ist eben deutlich größer als das Radio. Das wollte ich damit sagen, also das ganze Radio. Weil man gut früher die Röhrenradios, da könnte man vielleicht noch diskutieren, dass das da jetzt irgendwie, dass so Lambda-Sechstel oder Lambda-Drittel oder so was vielleicht ist bei den Großen. Das gesamte Radio, also das hat noch nichts damit zu tun, wie viel Welle da wirklich drauf ist. Aber ein Autoradio ist bestimmt kleiner, das heißt, da kann man jetzt also schon wieder Abstriche machen und sagen, hey, da muss ich vielleicht nicht genau, nicht unbedingt so auf Welleneffekte achten. Was hinzukommt ist aber, dass wir ja, wenn wir an Schaltungen denken, das war jetzt Freiraum, an Schaltungen denken, ist ja gar nicht mit Freiraumausbereitung zu tun haben, sondern die Welle nochmal verkürzt wird und zwar um den Faktor der Permittivität oder des Dielektritätskoeffizienten des Materials. Und wenn Sie an FR4 denken, Standard Platinmaterial, dann wissen Sie, wofür das 4 steht? Epsilon R von 4, ne? So, das heißt also, mit der Formel da drin, ist die Welle nochmal um den Faktor 2 kleiner. Das heißt also, so eine 1 Gigahertz Welle auf FR4 ist nicht 30 cm lang, sondern 15. Wenn sie voll in dem Material geführt ist, was sie nicht unbedingt ist, wenn Sie die Platine sich betrachten und dann oben drauf vielleicht eine Leitung oder sowas haben, dann ist ein Teil der Energie in dem FR4, also in dem Platinenmaterial, ein anderer Teil in der Luft und dann ist diese effektive, die Elektrizitätskonstante von der Welle da, teils Luft, teils Material, irgendwas dazwischen. Also zwischen 4, also er fährt etwas zwischen der 4 und der 1. Das hängt davon ab, wie das Feld sich jetzt wirklich aufteilt. Das ist nicht das geometische, nicht das arithmetische Mittel unbedingt. So, heißt aber, oder wenn Sie jetzt an HF-Material dendenken oder Halbleitermaterial dendenken, die auch schon mal ein Epsilon R von in der Gegend von 10 haben oder sogar drüber, dann wird die Welle auch leicht mal um den Faktor 3 oder sowas noch gestaucht und dann wird das Ganze hier an der Stelle natürlich nochmal schlimmer. Das ist eine Welle nämlich vielleicht nur noch einen Zentimeter lang und dann können Sie sich überlegen, hey, jetzt muss ich aufpassen mit meinen SMD-Bauteilen oder mit meinen Platinen und Platinenlängen. So, im Wesentlichen geht es für uns immer darum, dass wir möglichst viel Leistung von dem einen Teil der Schaltung in den anderen kriegen. Das ist Anpassung. Also wir müssen immer versuchen, das eine Teil möglichst ideal an den anderen Teil, die Verstärkerstufen möglichst ideal aufeinander anzupassen, den Mischer an den Verstärker möglichst gut anzupassen, die Antenne an den Verstärker anzupassen, bla 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 und so weiter. Und das macht man oft über Resonanz, das heißt, wir denken auch immer über Resonanz, über schmalbandige Effekte und so weiter nach. Also muss man sich einfach merken. So, und dann arbeiten wir eben, wenn wir, der andere wichtige Parameter in der HF-Technik ist eben nicht nur Welle und Wellenlänge und Frequenz, sondern eben auch die Leistung. Das hatte ich eben schon ausgeführt, warum die Leistung da so eine Rolle spielt. Also auch da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und es gibt noch einen Effekt, ich weiß nicht, ob der schon mal einmal bei Ihnen auftauchte, den ich ganz besonders nochmal erwähnen möchte, weil er nämlich für die Welt, wie wir sie kennen, eine gewisse wichtige Rolle spielt. Das haben Sie gemacht? Wo denn? Haben Sie E-Tenik 3 bei mir gehabt? Ja. Ja, stimmt. Aber ich war gerade überrascht. Gut, das habe ich aber nie Sie wirklich rechnen lassen müssen. Also Sie mussten das nicht... Ja, 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 ja. Also Bessel-Funktion, deswegen war ich gerade baff. Weil Bessel-Funktion ist ja schon was Spezielles. Ich finde es toll, aber okay. Ne. Der Skin-Effekt oder auf Deutsch Haut-Effekt führt letztlich dazu, dass bei hohen Frequenzen eben diese Näherung nicht mehr gilt, dass der Strom sich gleichmäßig über den Leiterquerschen verteilt. Das ist nicht so. Sondern die Stromdichte, der Strom wird im Wesentlichen in den Außenbereichen der Leitung geführt. Und da fließt der Strom und ist die Stromdichte hoch und nicht mehr in der Mitte. Das heißt, im Prinzip können Sie die Mitte rausfräsen, wenn Sie Material sparen wollen. Das hat aber nichts mit Hohlleiter zu tun. Das ist ein ganz anderer Effekt und was ganz anderes. So, erst einmal hierzu. Schauen wir uns mal hier diesen runden Leiter hier an. Da würden Sie ja sagen, wenn ich da gleich Strom durchschicke, dann wird dieses J, was ich hier als Badewanne gezeichnet habe, eigentlich hier flach sein. So, ist bei der HF-Technik nicht. Weil, was haben wir? Wir haben nämlich hier einen Wechselstrom. So, der Strom zieht erst einmal ein Magnetfeld nach sich. So, das ist hier oben angedeutet mit den H-Wellen, die da kreiseln tun. Wenn jetzt, muss ich mal gucken, was passiert denn eigentlich? Wenn jetzt der Strom größer wird, also Sie sind auf der steigenden Flanke des Sinus, der Strom wird größer, dann wird ja nach der Lenz'schen Regel die Änderung des Magnetfeldes eine Spannung und damit einen Strom induzieren, der so gerichtet ist, dass er der Änderung des Magnetfeldes entgegenwirkt. Um das mal auseinanderzunehmen, Sie wollen irgendwie den Strom erhöhen. Das heißt, das Magnetfeld will sich erhöhen. Das heißt, nach der Lenz'schen Regel wird jetzt eine Spannung respektive Strom induziert, der dazu führt, den Strom zu bremsen. Wieder runter. Das ist dann dieses Feld hier, das jetzt zu einem induzierten Strom fließt, der so fließt. Wenn sich diese Feldlinien einzeln aufzeichnen, Sie können es auch hier schon so ein bisschen ermessen, dann wird dieser Strom, der jetzt nach unten gerichtet ist, also bremsend wirken soll, in der Mitte stärker sein als außen. Also außen geht er ja sogar noch hoch. Wenn Sie sich genau diese zwei Kringels da angucken, was jetzt eine ganz kleine Momentaufnahme von einem kleinen Detail ist, wenn Sie sich das angucken, dann geht es hier sogar hoch, würde den Strom hier an der Seite verstärken und hier in der Mitte geht es runter und würde Strom in der Mitte schwächen. Und damit drückt sich der Strom an die Seite. Hier in der Mitte ist wenig und an den Seiten ist viel. Das Ganze passiert schon bei Hochspannungsleitungen, also bei 50 Hertz. Es ist nicht so, dass das jetzt völlig esoterisch ist. Bei den ganz normalen 50 Hertz, 230 Volt, Hausverteilungen beachtet man das natürlich nicht. Die sind viel zu dünn, dass man das merken würde. Aber bei dickeren Leitungen, wie Sie das bei Hochspannungsleitungen und so haben, spielt das eine Rolle. Und da wird man das beachten und da geht man dann entsprechend auch so vor. Da ist zum Beispiel der Innenbereich der Hochspannungsleitung ist auch Stahl, weil Stahl fest, aber wie Sie wissen, Scheißleiter, ein schlechter Leiter. Nicht ausprobieren mit einem Nagel in der Steckdose, er reicht noch. Auch wenn es ein Stahlnagel ist. Und der Außenbereich, ist Aluminium. Das heißt, da hat man dann noch Aluminiumseile drum gemacht. Man nutzt also die Mitte und die schlechte Leitfähigkeit in der Mitte, um da dann, sagen wir mal, die mechanische Festigkeit zu verstecken. Sie wollen ja kein Gummiband da haben, das so durchhängt, sondern Sie brauchen ja schon eine gewisse Festigkeit. Das hat ja auch Gewicht, das Zeug. Aber Sie sorgen dafür, dass der Außenbereich gut leitend ist. Das machen Sie mit Aluminium, was eine relativ gute Leitfähigkeit hat. Kupfer wäre wahrscheinlich noch zu weich und wahrscheinlich vor allen Dingen viel zu teuer. So. Welche Konsequenzen hat das jetzt alles, wenn ich das jetzt sage? Erst einmal jetzt, wenn wir das rein technisch betrachten, natürlich irgendwie die hat das zur Folge, dass Sie dafür sorgen müssen, je höher die Frequenzen werden, ich sage Ihnen noch was zu zahlen, müssen Sie dafür sorgen, dass die Oberfläche gut leitend ist, dass die Oberfläche keine Kratzer hat. Also ein HF-Leiter, der an der Oberfläche Kratzer hat, ist Mist. In der Mitte können Sie im Prinzip machen, was Sie wollen. Gut, das ist halt so. Es ist wahrscheinlich wesentlich billiger einen soliden Draht zu ziehen, auch für HF-Leitungen, als da irgendwie ein Draht zu nehmen, wo man in der Mitte noch ein Loch reinbohrt, weil das vom Aufwand her einfach viel zu groß ist. Deswegen würde man das sicherlich eher nicht tun. Aber man muss dafür sorgen, dass die Oberflächen besonders gut sind. Deswegen hat man oft bei HF-Steckern, auch aus anderen Gründen, aber auch aus dem bei HF-Steckern Oberflächen aus Gold oder so, weil die eben eine besonders gute Oberfläche ermöglichen. Besonders glatte Oberfläche ermöglichen. Das hat noch eine andere Konsequenz. Wenn Sie sich jetzt nämlich mal eingucken, wie das aussieht, wenn Sie einen endlichen Leiter haben und da eine elektromagnetische Welle so planar draufschicken. Dann passiert hier dasselbe. Auch hier gibt es einen Skin-Effekt, der dazu führt, dass die Stromdichte sich, und da ist es dann tatsächlich die E-Funktion, hier ist es die Bessel-Funktion, die dann das beschreiben würde. Machen wir mathematisch nicht, brauchen wir nicht. Dann haben Sie hier an der Stelle da eine, auch hier eine Stromverdrängung drin, sehen Sie hier, geht da runter. Und das führt dann dazu, dass nach einer endlichen Länge eben die Stromdichte hier auf Null geht. So, und wenn dann hier das Blech aufhört, aus irgendeinem Grund, weil nämlich Blech zu Ende, so, dann wird hier das Feld, das hier auf der anderen Seite auch rauskommt, E und H auch gleich Null sein. Das heißt, Sie können eine hohe Frequenz, ein Signal mit hoher Frequenz durch Metall abschirmen. So, das würde nicht funktionieren. Magnetfelder und niederfrequente Felder können Sie mit einfach einem Aluminium oder so kaum abschirmen. Das funktioniert nicht. Das geht da durch. Während Sie, wenn Sie jetzt hier so ein bisschen, also der mit dem Aluhelm, deswegen sagt man, da hat man ja den Aluhelm, wenn Sie der sind und Sie wollen nicht, dass irgendwie Ihr Nachbar oder der am Flughafen oder so ihren biometrischen Ausweis auslesen kann, dann packen Sie einfach eine Alufolie ein. Das Ganze funktioniert bei ein paar hundert Megahertz. Tuck, kommt da nicht mehr durch. Durch Alufolie schon nicht. Weil eben die Felder da so schnell abklingen. So, auch hier mit dem Autoschlüssel. Wenn Sie also nicht wollen, dass jemand die Auto klaut und so, dann packen Sie schön abends Ihren Autoschlüssel in Alufolie ein. Das reicht völlig aus. Das ist vielleicht nicht unbedingt ästhetisch, aber es reicht völlig aus, um die Felder abzuschirmen. Vielleicht auch können Sie ausprobieren, auch hier, ob Sie da in der Mensa bezahlen können oder nicht oder ob der Automat hier noch funktioniert. Man könnte mal ausprobieren, ob das mit Alufolie schon funktioniert, den Schnellentenausweis sauber abzuschirmen. Ganz einfach, und das ist ja nur ein dünnes Material, ganz einfach, weil eben dieses Signal mit der hohen Frequenz sehr, sehr schnell abklingt da drin, auch die stromdichten Felder abklingen und deswegen nach außen nicht mehr sichtbar ist. So, das heißt in der Konsequenz, Abschirmung von hohen magnetischen Feldern, hochfrequenten Feldern können Sie mit dünnen Materialien ganz gut schaffen. So, jetzt habe ich hier mal so ein paar Zahlen noch hingeschrieben, nämlich wie groß ist diese Eindringtiefe? Das Modell ist übrigens, Sie können sich vorstellen, dass in dieser Eindringtiefe Delta, die da steht, dass da der gesamte Strom geführt wird. Das heißt also, es ist nicht mehr so, ich gehe noch mal ein Bild zurück, hoppsa, zurück wollte ich, es ist nicht mehr so, dass man hier, also man muss normalerweise eben diesen Bessel-Funktionenabfall wie hier oder diesen Abfall wie hier, diesen E-Funktionenabfall wie hier müsste man normalerweise betrachten. Man kann sich aber auch einfach vorstellen, der gesamte Strom ist hier in einem Delta da J in und das ist das Delta in Delta geführt. Also das reicht als Modell, um sich dann effektiv auszurechnen, wie groß ist jetzt eigentlich der Widerstand und so von diesem Material. So, wenn Sie sich diesen Parameter Delta einfach mal angucken, ich habe ihn hier mal aufgeführt und zwar für ein Gigahertz, dann ist der genau, dann ist der für Aluminium bei einem Gigahertz 2,59 Mikrometer. Für Kupfer 2, für Silber 2, also etwa 2 für die pro Gigahertz und das Ganze skaliert mit der Wurzel. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn Sie jetzt also die Frequenz hier verdoppeln, dann halbiert sich nur, Quatsch, wenn Sie die Frequenz vervierfachen, dann halbiert sich eben die Eindringtiefe. Also für 4 Gigahertz wäre es dann etwa ein Mikrometer. So, für Eisen und für My-Metall sind da ganz, ganz geringe Eindringtiefen aufgeführt. Warum? Wenn die doch so schlechte Leiter sind, elektrische Leiter sind und hier die Leitfähigkeit Sigma da eingeht. Warum ist das so? Nun, nicht nur Sigma geht hier ein, sondern eben auch das My-R, also die magnetischen Eigenschaften gehen ein und die magnetischen Eigenschaften sind natürlich bei den magnetischen Materialien, also Eisen und My-Metall deutlich besser, deutlich größer. Die leiten zwar schlecht, aber dafür haben sie eben magnetisch gute Eigenschaften zur Abstimmung. So, welche Konsequenzen hat das jetzt irgendwann? Das kann man hier noch mal sehen. Wenn Sie sich erst mal angucken, wie denn hier eigentlich die Eindringtiefen mit der Frequenz skalieren. Gut, das ist beides logarithmisch aufgetragen, also logarithmisch die Frequenz und logarithmisch die Eindringtiefe, dann sehen Sie, wenn Sie so 50 Hertzfelder, da fängt das nämlich an, hier ist 100 Hertz, wenn Sie so 50 Hertzfelder abschirmen wollten, dann haben Sie Eindringtiefen von, naja, was sind das hier, 20, 30 Millimeter bei Aluminium. Wenn Sie also sagen wollen, fünf Eindringtiefen muss das weg sein, dann haben Sie 20, 30 Millimeter mal 5, dann sind Sie bei 10 Zentimeter Alu, was Sie brauchen, um da so ein 50 Hertzfeld einigermaßen abzuschirmen. Das ist halt ein dicker Block, wenn Sie in der Frequenz, und zwei Kupfer gilt das gleiche, Silber auch, Silber wäre gut. Wenn Sie jetzt in der Frequenz hochgehen, hier schon bei 100 Megahertz oder so, dann haben Sie nur noch Bruchteile von Millimetern, nämlich hier sind es 10 Mikrometer, das Ganze vielleicht mal 55 Mikrometer Aluminium würden dann reichen, um so ein 100 Megahertzfeld sinnvoll abzuschirmen. Cool, ne? So, also skaliert erheblich mit der Frequenz und erheblich mit dem, was Sie wollen. Was mache ich jetzt mit den Niederfrequenten Feldern? Wenn ich die abschirmen will, da hilft nur, da hilft nur, ein magnetisches Material, entweder Mühmetall oder Eisen zu nehmen, denn durch die magnetischen Eigenschaften sinkt dann hier die Eindringtiefe auch unter den 1 Millimeter. Das heißt, die kommen vielleicht mit 2, 3, 4, 5 Millimeter Eisen oder Mühmetall schon ganz gut hin und haben gute Abschirmungen. Alles setzt voraus, keine Löcher im Material, ne? Erstmal. So, das muss man auch noch dazu sagen, die Lochbetrachtung kann man auch noch machen, aber die ist jetzt erstmal hier noch gar nicht drin. So, warum wird das hier schlecht? Na ja, irgendwann können die Elementardipole nicht mehr richtig folgen. Ich habe das hier mal auf die 100 MHz gesetzt, hier an der Stelle, da. Das heißt also, hier gehen die magnetischen Eigenschaften weg. Die magnetischen Eigenschaften gehen verloren und damit wird hier die Eindringtiefe stärker steigen. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, aber ich habe ihn jetzt hier mal so kurz gezeigt. Okay, so. Vor der Pause noch die Einheit Dezibel und was es damit auf sich hat. Sie haben die wahrscheinlich alle schon mal gesehen und gelernt und wir haben es, glaube ich, auch in der Grundlagen ETH2 noch mal kurz gemacht. Ich möchte deswegen nur mal kurz wiederholen, aber es ist so wichtig aus meiner Sicht, dass ich es noch mal einmal kurz aufführen möchte, obwohl es eigentlich simpel ist. So, was machen wir oder was hat man, warum hat man es überhaupt erfunden? Wie soll ich sagen? Es ist nicht nur so, dass Punktrechnung vor Strichrechnung geht, sondern Punktrechnung ist auch deutlich weniger attraktiv und deutlich weniger beliebt als Strichrechnung. Das gilt schon in der Schule. Sie gucken so, doch. Plus ist einfacher als mal und Minus ist ein bisschen schwieriger, aber immer noch einfacher als mal und geteilt ist sowieso doof. So, ja, ist doch wahr. Oder nicht? Und weil man es eben bei der Signalübertragung oder in der HF-Technik immer sehr viel damit zu tun hat mit solchen Ketten. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Den wollte ich nehmen. Also man hat hier einen Verstärker und dann hat man hier einen Dämpfungsglied irgendwie und dann hat man hier noch irgendwas und der hier macht meinetwegen mal 10 und der macht geteilt durch 15 und der macht wieder mal 20 oder so. Also Verstärkungsfaktoren von 10, Dämpfung um den Faktor 15 und mal 20. Das kann man natürlich alles ausrechnen, aber wenn das jetzt so einzelne Zahlen sind, dann muss man hier, würde man jetzt eben machen 10 geteilt durch 15 mal 20 und das im Kopf auszurechnen, da haben sie schon keinen Bock mehr zu. So, einfacher wäre es doch, man könnte das einfach aufaddieren. So, wenn ich jetzt von diesem Kram hier einfach den Logarithmus nehme, dann könnte ich ja dann hergehen und sagen, okay, das ist eben log 10 minus log 15 plus log 20. Und das ist der Hintergrund, das ist eben einfacher. Wenn ich sogar Logarithmen vorher gebildet habe, wenn ich die auch noch bilden muss, habe ich hier nichts gewonnen. Aber wenn ich die alle vorher schon mal gebildet habe und dann gar nicht diese 10 und 15 auftauchen, sondern eben die entsprechenden Logarithmen davon, dann habe ich jetzt nur noch Strichrechnung da und das ist einfach deutlich simpler. Deswegen hat man das erfunden. So, man hat sich dann darauf geeinigt, dass man hier nicht einfach Spannungen ins Verhältnis setzt, sondern eigentlich nur die Leistungen ins Verhältnis setzt. Das führt dazu, dass Sie bei Leistungen natürlich den Logarithmus von einer Leistung zur anderen nehmen. Also irgendwie hier, das ist meinetwegen P1 hier an der Stelle. P1 und das ist P2 an der Stelle. So, und dann könnten Sie da das Verhältnis, oder eigentlich müsste es umgekehrt sein, könnten Sie da das Verhältnis bilden. Ich mache es nochmal. Hier wäre P2. Falsch, hier ist P2. War doch richtig, ne? Was tue ich denn? Und hier ist P1. Egal, jetzt lassen wir es einfach so. So, Sie bilden da irgendwie die Verhältnisse von Leistungen und weil die Zahlen, die dann dabei rauskommen, nicht so richtig schön griffig sind, hat man das noch mit 10 multipliziert und das ist eben das Dezibel von dem Dezibel. So wie Sie auch Deziliter vielleicht mal gekannt haben. Also wenn Sie Bier trinken gehen, kaufen Sie das, machen Sie das von Dezilitern, Schnaps eher in Zentilitern. Und es ist noch ein bisschen aus der Mode gekommen, das Dezil, aber das ist eben dieses mal 10 da dran. Und das Bell ist eine Pseudoeinheit. Wenn Sie eine Leistung durch eine andere Leistung teilen, dann ist die Einheit damit auch weg, dann ist es einfach nur eine Zahl. Damit man dem irgendeine Bedeutung gibt, hat man da so eine Pseudoeinheit Bell dran gepackt. Damit das bei Spannungen auch funktioniert, oft arbeitet man auf den gleichen Widerstand und wenn man den gleichen Widerstand hat, dann wird die Leistung, die daran umgesetzt wird, nur noch bestimmt von den Spannungen. Natürlich, der Widerstand kürzt sich dann raus. Das heißt, man kann da die Spannungen auch ins Verhältnis setzen, aber dann muss man natürlich hier darauf achten, dass man da das Quadrat der Spannungen, weil nämlich P, der gleich U² durch R ist, wenn man das Quadrat der Spannung ins Verhältnis setzt, muss man jetzt dafür sorgen, dass das auch beim Logarithmus dabei rauskommt. Das heißt, aus der 10 wird eine 20. So, Haken dran, fertig. Jetzt haben wir noch ein Problem. Das Dumme ist nämlich, da stehen immer nur Verhältnisse und ein Logarithmus einer Spannung oder der Logarithmus von Watt ist irgendwie doof, weil Watt ist der Logarithmus von Watt. Man kann eine Einheit nicht logarithmieren. Also bedient man sich da eines Tricks, wenn man absolute Zahlen angeben will, auch eine Pseudo-Einheit man normiert, die eben ganz einfach auf irgendwas, ganz häufig wird das Milliwatt verwendet oder auch gerne das Watt. Also bei dbw ist das eben ein Watt, was da unten hinkommt. Oder eben bei der Spannung kann man es relativ zu einem Mikrowolt machen. Und um das Ganze hier auch noch klar zu machen, dass man das getan hat, schreibt man dann eben nochmal pseudomäßig hier noch eine Einheit dazu, entweder dbm oder dbmü und dann weiß man aus seiner internen Lookup-Table im Kopf, was da gemeint war. So, sonst würde es gar nicht gehen. Okay. So, was haben wir, wenn wir das nicht machen? Damit man hier jetzt mal die Leistungen und so weiter sich aufzeigt und wir sind hier mal im 10er-Bereich unterwegs. Eigentlich geht es nur noch um die Nullen zu zählen. So, wenn zwei Leistungen im Verhältnis von 1 zu 10 zueinander stehen, dann macht das 10 db. Bei 100 und so weiter 20 db und dann sehen Sie schon, wenn Sie jetzt große Leistungsunterschiede haben und das hat man in der Übertragungstechnik häufig. Da powern Sie irgendwo raus mit 80 Watt oder 100 Watt oder so und dann empfangen Sie noch Nanowatt. So, erzählen Sie mal die Nullen. Ja, es ist so, wenn die Strecke eben entsprechend groß ist. Erzählen Sie mal die Nullen, die dazwischen liegen. Da kommt es aus dem Schreiben nicht mehr raus. Oder auch um das zu verkürzen, im Prinzip stellt man hier oben nur noch hin, wie viele Nullen sind das? Das ist ja das, was da vorne steht bei den db's. Und da muss man auch die nächste Stelle hier betrachten für das, was dann eben nach den Nullen noch kommt. Also eigentlich die erste Stelle da. Oder vielleicht die zweite. So, das hier ist die Wurzel von dem. Man kann das auch hier zeigen. Das sieht man hinterher auf dem Bild auch noch. Also das hier ist letztlich die Wurzel. Und deswegen ist die Wurzel von 100, ist die 10 und die Wurzel von 1000, ist die 31, bla 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 und so weiter. Das Ganze geht nach oben und das Ganze geht auf Verhältnisse nach unten. Hier, auch da ist das selbe Problem eigentlich mit den Nullen und der Wurzel. Vielleicht auch hier wieder. Ich kann es auch andersrum zeigen. Das hier ist das Quadrat. Gut. So, jetzt möchte ich Ihnen noch eins an die Hand geben. Das ist nämlich eine ganz schöne Gedächtnisübung hier. Damit Sie nicht immer zum Taschenrechner greifen müssen oder zur Tabelle, möchte ich Ihnen noch an die Hand geben, wie man relativ einfach einen älteren Ingenieur auch als junger Mensch beeindrucken kann, weil man nämlich die db-Rechnung im Kopf beherrscht und gar nicht so viel dafür braucht. Man muss sich nämlich eigentlich nur vier Punkte merken, wovon man drei schon kennt. Sie wissen, ein Verhältnis, wenn beide Leistungen gleich sind, dann haben die einen Unterschied von 0 db. Weil eine Zahl durch genau sich selbst macht 1, Logarithmus von 1 ist 0. Wenn beide Leistungen im Verhältnis von 1 zu 10 zueinander stehen, also die eine 10 mal so groß ist wie die andere, dann ist dann der Unterschied in db 10. Auch das weiß man. Weil Logarithmus von 10 oder 10er Logarithmus von 10, deswegen heißt er so, ist 1 mal 10 macht 10. Gut, und dann kennt man natürlich aus verschiedenen anderen Vorlesungen noch den 3db-Punkt. Also der ist sowieso bekannt. Das ist, wo ist meine Brille? Hier. Das ist der da natürlich. Also wenn zwei Leistungen im Verhältnis von 1 zu 2 zueinander stehen, dann ist der Unterschied 3db. Wenn zwei Spannungen im Verhältnis von Wurzel 2 zueinander stehen, so haben Sie es wahrscheinlich gelernt, dann ist der Unterschied 3db. Aber Wurzel 2 quadriert macht eben 2. So, und dann müssen Sie sich nur noch den einen merken, nämlich hier, der da. Ich hasse diese Striche, die da immer reinkommen. Von meiner Hand. So, das ist der hier. Den müssen wir uns einfach merken, also wenn zwei Leistungen im Verhältnis von 1 zu 3 zueinander stehen, ist der Unterschied 5db. Wenn wir das haben, dann können wir uns zumindest die db's insgesamt ausrechnen und hin und her rechnen. Nehmen wir mal an, wir haben einen Unterschied zwischen den Leistungen von einem db. Dann ist 1 ja gleich 10 minus 3 minus 3 minus 3. Also 1 ist gleich 10 minus 9. Sie können folgen. Geht, ne? Ja. Also, das heißt aber, weil aus Punktrechnung, ne, aus Strichrechnung, die Punktrechnung wird, also aus dem Minus wird geteilt und 10 übersetzt sich in das Verhältnis 10. Also da brauchen wir die untere Zeile hier. Da brauchen wir ein blau. da, das geht da hin. So, und die 3, das ist das hier, wird zum Verhältnis 2, das ist das, dann ist das selbe, wie ist 10 minus 3 minus 3 minus 3. Im logarithmischen ist, wird das dann also 10 durch 2, durch 2, durch 2, das ist also genau 10 Achtel, also 1,25. Fertig. Nehmen wir mal an, zwei Leistungen haben das Verhältnis 1 zu 4. Ne, Faktor, ne, 5. Ich hasse es. Faktor 5. So, dann ist 5, ja 10 durch 2. Dasselbe wieder, wir suchen uns die 10 raus, oder wir merken, holen uns die 10 aus dem Kopf, die 10, und dann hier die 2. Führt dazu, dass wir es hier übersetzen können in 10 minus 3. Also kommen wir hier, 10 minus 3 ist 7. Kommen wir auf die 7. Und das können Sie so fortsetzen. Gucken wir uns die, was wollen wir noch? Ja, wir können die 4 noch nehmen, also 2, der Unterschied ist 4 dB. 4 ist 10 minus 6, oder 10 minus 3 minus 3. Und dann ist das selbe, wird das zu 10. So, ach, ich muss das üben. So funktioniert es noch nicht. 10 durch 2, durch 2, durch 2, also wird im linearen Maßstab zu einem Verhältnis von 2,5. Das heißt also, wenn Sie dann im Labor mal sitzen und das mal eben so ein paar dB auf eine Stelle ausrechnen müssen, oder sowas, dann kann man das im Kopf, dann brauchen wir keinen Taschenrechner mehr dafür. Und was ich nur diese Punkte gemerkt habe. Also für die Klausur ist, das ist nicht relevant. Das ist vielleicht eher so fürs Leben im Labor relevant, was ich hier zeige. In der Klausur haben Sie natürlich einen Taschenrechner und dann können Sie ihn nutzen. Ja, aber da fragt sich keiner nach dB. Echt? Ich bin froh, aber noch 23 dB im jahre zu stellen. Okay. Okay. Also ich habe das auch schon mal gefragt, aber dann glaube ich etwas einfacher. Und konnten Sie es? Ja, es ist 200. Ja, ja. Ja, ich... Nein, also kommen wir hier. 23 dB ist gleich 20 plus 3. Und das ist dann, wird dann zu, so müssen wir es hinschreiben, wird dann zu 100 mal 2, also gleich 200. Das können Sie mit der Tabelle im Prinzip auch machen. Okay, so. Und damit haben wir es, ja genau, da haben wir es dann durch. Ich schließe das Kapitel noch gerade ab mit noch einem Satz über Messungen, Messungen und Messtechnik und so. Ganz einfach die Unterschiede zwischen der Niederfrequenztechnik auf der linken Seite und der HF-Technik. Normalerweise gehen Sie davon aus, wenn Sie eine Spannung oder so was messen wollen in der Schaltung, dann hat Ihr Messgerät einen sehr hohen, einen hochohmigen Innenwiderstand. Auch das Oszilloskop hat einen hochohmigen Innenwiderstand im Bereich von Megaohms, aber in der HF-Technik nicht. Da haben Sie es immer mit 50 Ohm zu tun. Das hat Konsequenzen. Das hat nämlich die Konsequenzen, dass Sie Ihre Schaltung beeinflussen. Das hat auch die Konsequenz, dass Sie ein bisschen aufpassen müssen, dass Sie nicht einfach unendlich viel Leistung oder sowas dranlegen. Also man muss ja nicht unbedingt Angst haben, 100 Volt an ein Oszilloskop anzulegen. Also man kann Angst vor 100 Volt haben, aber man kann die ruhig an ein Oszi, vorausgesetzt ist das Richtige, an ein Oszi anlegen. Da passiert erstmal nichts. Wenn Sie aber 100 Volt oder ein Äquivalent an HF-Technik, 100 Volt, an einen Spektrumanalysator anlegen, dann sind eventuell diese 100 Volt an einem 50 Ohm Widerstand irgendwie. Wie auch immer der physikalisch wirklich ausgeführt ist. So, 100 Volt an 50 Ohm macht 200 Watt. Das heißt also, der Spektrumanalysator wird zur Heizung. Meist kann er das nicht so gut ab. Also auch diese Konsequenz hat das. Dann, Sie messen natürlich DC-mäßig in der Schaltung irgendwo rum und gehen davon aus, dass Sie die Schaltung nicht beeinflussen. Sie haben vielleicht ein bisschen Angst, weil da 200 Volt oder so sind und Sie einen Funken ziehen könnten oder sowas. Aber das ist auch alles. Wenn Sie es richtig machen, passiert da eigentlich nichts. Auch an die Steckdose packen Sie, da würden Sie messen und so. Und erstmal keine Angst haben, dass Sie jetzt die Schaltung beeinflussen da. Sie haben vielleicht Angst um sich und dass es wehtun könnte, aber das wäre auch gut. Aber das ist auch alles. Ne, aber das ist anders. In der HF-Technik nicht mehr so. Da greifen Sie irgendwo in die Schaltung ein und plötzlich wird das Ganze zur Antenne. Ihr Draht wird zur Antenne und Sie beeinflussen einfach die Schaltung. Okay, wir messen Spannung und Strom in der Niederfrequenz-Technik und Leistung und S-Parameter in der HF-Technik. In der Niederspannungstechnik würden Sie in der Schaltung irgendwo messen, wo es Ihnen gerade in den Sinn kommt und wo Sie es für sinnvoll halten. In der HF-Technik macht das keinen Sinn. Also ohne, dass man sich wirklich überlegt, was man tut. Man sollte da Messpunkte wirklich rausdeuten und auch in der Schaltung reindesignen, damit man weiß, wo man misst. Ja, und dann gibt es noch den sogenannten Deckeleffekt. Bei einer Niederspannungsschaltung machen Sie den Deckel auf und messen. Und wenn das nicht gerade viele Volt sind, die da rummachen, haben Sie da auch gar keine Probleme mit. Es wird einfach gemessen. Das würden Sie in der HF-Technik so nicht unbedingt machen. Da hat der Deckel zum Teil eine dämpfende Wirkung oder eine Resonanzwirkung. Das heißt, sobald Sie den Deckel abschrauben von einer Hochfrequenzschaltung, kann es sein, dass die schon ganz anders reagiert. Also kann passieren. Deswegen hat man auch, ich zeige gleich noch was, hat das Ganze auch aus so Schirmdeckeln und sowas drauf. Weil die eben dafür sorgen müssen, dass gewisse Schaltungsteile strahlungstechnisch voneinander oder feldtechnisch voneinander abgeschirmt sind, isoliert sind, was in der DC-Technik nicht passieren muss. So, und dann machen wir jetzt erstmal Pause. Viertelstunde. Wir sehen uns dann um 5 nach 10. wieder und machen dann mit einem anderen Thema weiter.